ja hallo liebe freunde willkommen zu mario kart tour so es geht wieder los liebe leute so heute kommt der pinguin zum einsatz hier pinguin luigi und ein tagesbonus fahrerpunkte mal okay dann ist was nichts wirklich besonders gutes aber wir haben noch genügend hier vor uns hier sieht man guck mal hier oh man das geht noch richtig ab doch ich mit katze so ja dann wollen wir noch mal loslegen wie ich sagen nicht tag 6 und mission 6 mit pinguin luigi und der stinke schuss auch dabei ok und koko ist auch dabei ok dann viel spaß es sind jetzt mario's piste 2 rx so wo ist es gelohnt die leute pinguin luigi in den stinke schulen so jo sauber ja geil gesagt hat das jetzt gehts richtig schön eisig zur sache hier ne soll ja morgen wieder richtig warm werden ne so so später lassen wir jetzt hier pinguin luigi loslegen hier ne was für pinguine ne ein herz für pinguin luigi so so das ist die pinguin luigi so 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 So, ich schaff's. Non-Stop-Serie! Tada! Itachi-sama! Na? Heute, wo ich mich mit den Corona-Testen ablassen ... Nicht jeden Tag, ne? Hab ich einen schönen Auto auf Kleber gesehen gehabt. Da stand drauf Mama-San. Ja. So. So. Und es gibt natürlich grüne Medaillen. 65. Sehr schön. Und eine Röhre. Mit 500 Münzen, liebe Leute. 500. So. Dann gehen wir mal im Shop. Gibt's denn heute schönes? Okay. Okay. Na ja. Und liebe Leute, wir sind immer noch erster Platz. Wahnsinn. Nicht? Ja. Ja. Dann folgt gleich noch die schöne Medaillen-Challenge, liebe Leute. Ne? Im Mopsi-Cup. Aber ich habe jetzt noch etwas Schönes für euch. Und zwar habe ich das heute Morgen bei Twitter. Habe ich das mir runter geholt. Entschuldigung. Runtergeladen. Und das ist ein wunderschönes Nintendo-Video. Das ist ein Video von Nintendo. Japan. Und ich hoffe ihr habt Spaß damit. Das ist wirklich sehr lustig und geht richtig ans Herz. Also viel Spaß mit dem schönen Video noch. Euer Prinz Thomas. Oui.